Tja, die muss ich haben. Und Notenblätter. Und wir können noch weiter hoch. Sag ich eigentlich immer Notenblätter. Oh, und hier oben sind Eier. Ähm, halt. Nein. Mist. Ja, hier seht ihr ein Jump'n'Run-Überprobe bei der Arbeit. So, jetzt aber. Yeah, und wir sind im zweiten Stock. Gibst du mir da einen coolen Rucksack? Nein. Kann ich eigentlich noch irgendwelche Attacken machen? Nein. Ja, wir sammeln trotzdem die Eier ein. Und gehen noch weiter hoch. Mensch, wie hoch ist das Ganze denn hier? Ah, hier geht es raus. Ah, und hier ist ein Extra-Läden. So, hier werde ich... Oh. Relativ versuchen, vorsichtig zu laufen. Da ich nicht abschmieren will. Komm, wir haben acht Puzzleteile. Können wir uns hier oben nochmal grob umgucken. Hm. Wo könnten denn die ganzen anderen Puzzleteile sein? Äh, Puzzleteile Münzen. Oder ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir lassen uns zurück verwandeln. Und dann werden wir mal mit Eiern auf den... ...komischen Gorilla schießen. So, falls wir die Ameisen nochmal brauchen. Ich hoffe, wir können das jetzt jedes Mal wieder in die Ameise verwandeln. Also, ich werde es probieren mit den Eiern. Kann ich versprechen, ob das klappt. Ansonsten da unten war nur eine Honigwabe in dieser komischen Höhle. In die wir einfach nicht reinkommen. So, Moment. Ich muss mich hier nochmal gucken. In der Höhle waren wir. In der Höhle waren wir auch. Also, hier haben wir alles. Hm. Oder müssen wir... Wo ist der Stier? Da. Müssen wir den irgendwie umbringen? Oh nein. Äh, jetzt... Äh, wie ging das nochmal? Äh, so? Nein. Ah. Ah ne, ich weiß wieder, wie es ging. Scheiße, aber ich will jetzt nicht sterben, weil sonst müssen wir alle Notenblätter nochmal sammeln. Weil ich bin gestern schon bei dem komischen Stier da gestorben. Nein, was machst du denn? So, ähm... Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie das mit den Eiern werfen ging. Äh, so irgendwie. Okay. Nein, nein. Nein, nein. Oh nein. Kampf. Ähm, ja. Ich habe jetzt auch nicht gelesen, was unten stand. Aber der lässt sich auch immer nur so um 90 Grad drehen. So vielleicht. Naja. Aber man, das ist ja kacke hier gerade. Äh, was muss man nochmal drücken? Ah, so. Oh. Ich treffe den nicht. Ne, voll weit vorbei. Ah. Ähm, komm. So... Ne, so geht das schon mal nicht. Wo sind die letzten Puzzleteile? Nein, nein. So. Ach, da ist doch kaputt hier. Ach, hier sind noch Höllchen. Warum sag ich eigentlich als Puzzleteile? Ich meine natürlich Notenblätter. Ach, da ist doch kaputt hier. Oh, da ist auch der letzte Puzzlete. So, und es sind jetzt noch irgendwelche Noten, die wir vergessen haben. Ja, da. Und dann haben wir alles. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Mach los! So, und dann gehen wir jetzt zurück. Okay, aber ich will noch was probieren. Komm ich nicht hoch. Ne, schade. Ich wollte noch mal probieren, ob ich da noch irgendwie zu der hohen Schwabe komme. Na gut. Da haben wir das Level ja zu 100% abgeschlossen, oder? Da täusche ich mich da gerade. Bis auf die Hohle Schwabe. Ja. Grundhilda hat euch daran gehindert, alle Noten zu sammeln. Aber die 100 gesammelten Noten werden als Bestleistung gespeichert. Versucht alle 100 Noten in jeder Welt zu sammeln. Ihr braucht die Noten, um weitere Türen zu öffnen. So, erstmal die Ameise da plappen. Und, äh, ja, dann werden wir nochmal kurz annehmen. Moment. Äh, so. Kann wir hier hochlaufen? Ne. Geöffnet ist die Tür. Zur Welt. Achso. Habt ihr Angst und Hass bestellt? Ja, weil da oben ist ein Noten, äh, Puzzleteil. Wie komme ich da hin? Oder zeigt mir das nur an, dass ich die Welt abgeschlossen habe? Ich weiß es nicht. Was ich jetzt auf jeden Fall machen kann, ist hier hochlaufen. So, mal schnell ein Kafei auffällen. Und da ist Maulwurf. Bobbles. Diese Tür hat Kutine mit einem Musikzauber versiegelt. Mache sie auf, Opa. Sei nicht so frech. Um die Türen zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Äh, ja, wir haben ja 100. Von daher, kein Thema. Aber ich werde immer versuchen, ähm, die Welten so abzuschließen, wie die jetzt auch, die erste. Ah gut, wir werden sehen, wie schwer das Ganze wird. Sorry, ich muss gerade mal ein Stück trinken. Aber auf jeden Fall, ähm, die Moves alle lernen. Weil ohne die Moves wären wir jetzt hier schon nicht hochgekommen. So, von daher gehen wir in die nächste Welt. Willkommen im Jammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Gern ein bisschen Kamera drehen, ja? Oh, wer bist du denn? Gubbel! So, ähm, was bist du denn? Eine fette Elfe? Gubbel! 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 Natürlich wollen wir das! Gubbel! Grundheld! Boah! Gubbel! Cane вход! Gubbel! Ein Discounter! Grundhälter, prozentiere jetzt jede Wettmatsch. Ja, äh, hä? Was soll mir das denn bitte hilfreich sein? Da ist ein Knopf. Den drücken wir jetzt erstmal. Diese Sprungplatte, den Kazuhis Supersprung, findet mich und ich verrate euch, wie es funktioniert. Gut, dann suchen wir erstmal den ersten Morgoth-Zugel. Ah, äh, Ron, bald peitsche ich ihm den Hinterngrund. Jetzt habe ich das, hab's gar nicht gelesen. Okay, hier geht's irgendwo rein. Ähm, da hinten geht's auch noch weiter. Wir gucken uns erstmal hier oben. Ah, hierfür brauche ich zwei Prozent Teile. Achso, wir sind hier, okay, äh, wieder in so einer Welten-Auswahl. Karte, nenn ich das ganz normal. So, gucken wir erstmal, was hier los ist. Ähm, will ich denn hier schon lang? Ne, wir schalten erstmal die nächste Welt frei. Und schauen uns das später um. Um Puzzleteile wieder herauszunehmen, drücke den unteren C-Knopfen. Doch wenn das Bild erst einmal vollständig ist, lassen sich keine Teile mehr entfernen. Ja, komm, so. Treasure Trove Cove. Wo steht denn jetzt diese Kiste? Öh. Achso, dafür muss ich wahrscheinlich den Supersprung machen. Okay, ähm. Aus welcher Höhle kamen wir? Schauen wir mal an. Oh, wer bist du denn? Der magische Kessel ist aktiviert. Findet zwei gleiche Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Okay, du bist ein Lila. Erstmal Munition werden sammelt. Ein Ei vergessen. Ja, die Eier werden wir bestimmt noch brauchen. Auch wenn das zielen echt... Oh, und wir haben einen Schädel gefunden. Echt, äh, ja, gewohnheitsbedürftig ist. Nennen wir es mal so. Okay, wir haben einen Lila Kessel gefunden. Aber wo ist die Schatzkiste und wo erlernen wir den Supersprung? Also müssen wir doch hier hoch. Ah, und gefailt. Weil aus der anderen Höhle kamen wir ja. Da müssen wir ja nicht nochmal runter. Von daher gehen wir doch hier oben lang. 180. Und dann. Komm her. Okay, hier sind Eier. Und da ist noch eine Höhle. Wenn wir da mal schwimmen werden. Wo führst du uns hin? Oh, da fehlen verdammt viel Puzzleteile. Ah, die hinten ist eine Fee. Dann sprechen wir die Geranung an. Upsa. Der Lieblingsbruch der alten Warzenfratze ist schwitzender Affenfuß. Hm, ja, das ist auch mein persönliches Ode-Toilett. Man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei Speilgrün. In der Hexenschule war hier Spitzname Warzenkopf. Okay, was mir diese Tipps allerdings helfen sollen, weiß ich jetzt nicht. Aber wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Gut, dann schwimmen wir zurück. Da war ja noch diese andere Höhle, wo wir reinkommen. Ich werde jetzt hier die Eier, äh, ich glaube noch nicht sammeln. Wenn das Spielchen dann ausreiße, ich den Vogel die Federn heraus. So, dann gucken wir doch mal, wo wir hier hinkommen. Ah, und hier ist die Truhe. Okay, gibt's hier denn sonst noch was zu sehen? Hier oben sind rote Federn, komme ich da hoch? Hier. Lass mir den Typ hier platt machen. Noch mal rote Federn ansammeln. Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, werde ich ihr dabei behilflich sein. Okay, also wir können später noch das Fliegen lernen mit Kazooie. Oh, und da drüben ist auch noch was. Ops, das wollte ich nicht. Lass mal dich hier, bleib mal. Auch wenn wir keine HP brauchen. Was bist du? Nö. Äh. Ich will gerade noch was gucken. Ja. Ihr werdet im nächsten Part sehen, wie es hier weitergeht in Treasure Trove. Komm auf. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Macht's gut. Äh, ja. Ich bin mir da vollkommen sicher. Also bis dahin, Leute. Ciao. Oh nein. Hier kam noch eine Cutscene, als ich beenden wollte. Hilf mir, Benjo. Bernd draußen, der Lennig-Malären, hat gesinkt. Und so sieht die Hexe jetzt aus. Jetzt bin ich die heißeste Maus. Für Tuti ist es aus. Nö. Du bist so schön. So schön. Oh, du schöne Besuch in Mumbo in Hölle. Ja. Ach du Scheiß. Ich, Benjo. Ich will bitte speichern. Sofort. Game over. Ach so. Hä? Ich hab doch speichern und beenden gemacht. Na, kommt automatisch jetzt hier noch diese Game-Over-Szene oder was? Na gut. Dann habt ihr die jetzt auch mal gesehen. Und, äh, jetzt aber. Schluss für heute. Macht's gut.